So, ich habe jetzt geerntet. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich es wieder pflanze. Hallo? Ich hänge fest. Von das hier, das wäre ganz... Achso, hat das eigentlich jemand von uns hier gelernt? Wen sind es anders? Was? Die Heilkunde? Heilkunde? Was? Also, Arzt? Wie sollen sie das machen? Sollte man irgendwann mal überlegen, das auch zu tun. Oh ja, eigentlich war das schon... Ja, das ist sinnvoll. Weil... Ja. So, ich habe erstmal die Allure-Werbe hinten. Zack. Ja, das wird aber jetzt eine Weile dauern. Ich guck gerade, wo... Ja, ich guck gerade erstmal, wo das war. Ach hier. Insilligenz. Ja. Tut mir leid, aber mein Charakter ist noch so dumm. Dachte ich mir. So, mein... Nice. Okay, es ist 300. Okay, ich muss hier nur fertig werden. Fertig werden. Dann geht's los. Äh, Kaffee wäre eigentlich ganz sinnvoll, wenn ich das noch nicht anpflanze. Kaffee, ich muss halt Kartoffeln vorschauen. Halt nicht. Hm. Oh fuck. Mach mal erstmal die Kartoffeln. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Machst du den schon wieder? Nein. Das war ein Wolf. Aber ein... Ich glaube, das war ein Alpha. Oh shit. War das noch eine Nähe, oder? Nee, direkt am Quest. Punkt. Und... Das ist gut. Das ist gut. Der hatte jedenfalls... Alter. Das ist doch Bullshit. Okay. So, ich hab jetzt hier noch ein Vollspread. Und hier... Eins, zwei, drei erstmal. Würde ich sagen, dass ich hier... Richtig. Früher war tatsächlich der Manus Zeit begrenzt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass der wird auch... Ja. Jep. Der Erfahrungspunkt. Richtig schön am Arsch bist. Jetzt ist er halt... Auch irgendwo sinnvoller. Muss man irgendwo sagen. Weil einfach nur die Zeit absitzen für sowas ist halt kein Bestrafunk. Ja. Ja. Da bist du halt... Wenn du alleine spielst, bist du halt einfach mal auf Kabel rumgestanden und fertig. Ja, richtig. Auch wenn er trotzdem unangenehm ist, aber... So, was ist noch sinnvoll? Ich würde sagen... Boah. Warte mal, stimmt. Ich wollte... Ich würde eigentlich gerne, dass wir das hier schnell hinkriegen. Ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Dass du dann... Ja, dann machen wir das Zeit. Weil ich muss das Feld hier... Sonst... Rückstand. Ist ja dann auch nicht so schlimm. So, 180 Meter. Und erstmal Fuß hier weg. Ich habe dann meine große Quest noch. Aber ich brauche blaue Beeren. Okay, gut. Oh, Alter. Ich sehe zumindest jetzt noch keinen Gegner. Seinen Wolf sehe ich gerade noch nicht. Okay, hinter den Bäumen. Oder wie? Das habe ich dazu aus den Augen verloren. Das ist hinter den Bäumen irgendwo. Nee, der Wolf scheint D-Spawn zu sein. Okay. Weil meistens... Das war so mit dem Brüro gar nicht mal so. Das... Geht auch gar nicht mal D-Spawn, damit... Du hast überhaupt einen Loot bekommen. Ja. Ja. Nein, die Horde ist ja auch... Ja. Okay. So, also hier jetzt. Okay, innerhalb von dem Radius muss man jetzt buddeln. Wurde we moved. Ja, ja. Ich weiß. Danke schön. Fick. Wird dann aber gar nicht... Wird dann gesagt, ob wir Neon kommen oder nicht. Dann wird der Kreis kleiner. Muss halt auch was, was so nicht zu weit erklärt ist. Äh... Okay, jetzt... Wir kriegen Besuch. Ich hab jetzt noch ein bisschen Schnauble. Das jetzt wird kleiner. Linnah! Ich hab jetzt noch ein bisschen schwer. Ja... Ein bisschen schwer. In die seh... Herr, sag ich mir noch... Ich hab jetzt noch ein bisschen schlecht. Guck mal, ne? Guck mal. Gucken wir, ob man dafür sorgen, dass Tatsuo wieder da rausledern kann. Gucken wir, ob man dafür sorgen, dass Tatsuo wieder da rausledern kann. Ok, die nächsten Freunde sind da. Komm mal her, ja. Äh... Oh cool. Tatsuo, hinter dir. Sehr schön. Wie tief kann denn der sein? Tief. Da ist Stein. Aber nicht weiter, Stein. Da ist er. Haben. Abgelootet. Ah, er fahrradig. Ah, er spürt den Hupferbluten. Schauen. Und die da. Okay. Ich... Pass auf. Dann wäre er nochmal weg gekommen. Okay. Ich glaube wir haben es. Sind alle tot. Hat... Hat... Phoenix noch irgendwie? Wo ist er, kann er, äh... Seht die Quest bei ihm, bei dir jetzt als äh, verkackt oder? Ne, ne. Ne, ne. Bei mir. Bei da... Ja, Phoenix war ja nicht am Startpunkt dabei. Richtig. Deswegen frage ich bloß Narro, ob das jetzt rückt sich als wer kackt sieht, ob... oder... Aber alles gut, das sind wir jetzt angegangen. Aber hey, äh, ich hab Blaubeerkuchen. Nice. Find ich gut. Blaubeeren sind toll. Dann auf zum Händler. So, leeres Vogelnest. Dann geh ich nämlich auf die Grunde. Ruhig die Quest. Dann gehen wir hierher. Ihr lobet ab. Das ganze Zeug. Könnt euch nochmal Essen holen. Und dann... Ja, wird's interessant. So, und dann bei Vogelmester, Vogelmester, ein Star. Der ist einfach, Wolf. Das nächste Mal, wenn ich einen Wolf sehe, wechsle ich gleich. Am besten mit dem Eisenpfeiler. Das Gewehr kann ich ja nicht wechseln. Keine Munition. Ja, bin... Geh bei mir auch zur Neige. Ich sollte eigentlich auch mehr mit einem Pfeil und Bogen arbeiten. Bin so echt schlecht. Das ist gut. Ich weiß auch, dass der kompletter Reinfall-Loot ist. Achso, ja, ne. Wir müssen noch ganz kurz warten. Um 6 erst. Was beim Bogen angeht, bist du haltend. Das ist doch nichts Neues. Genau. Mob mich noch, du illender Sack. Das ist doch nichts Neues. Okay. Gut. End. Ich könnte das einfach nicht nehmen lassen. Ich hab halt gemobbt. Ich hatte ja so einen Freund da. Alter, auch vom Tropiden. Ist überhaupt nicht laut. Was auch offen ist. Put away your weapon. Ich schickte deine Hand. Aber ich bete, dass du das hast. Die Gratulation. Hier ist die Reward, Sucker. Ah, okay. So viel ist es auch nicht. Ich hab Verbandskästen oder Taschenmod. Dann nimmst du die Verbandskästen und ich hab nochmal Schrottwindenpatronen zum Beispiel. Also ich hätte jetzt auch nochmal drei Verbandskästen oder Schrottwinden Munition. Ich überleg grad. Ich weiß grad, ob die Taschen wir unternehmen. Braust du Schrot? Ich nicht. Aber für dich noch. Ne, dann lass. Dann nimm lieber die Verbandskästen. Weil ich hab noch genug Schrot. Okay. Ich würde nämlich die Taschen modieren. So hab ich mich. Und ich benutze die halt, weil die einfach zu schwach ist. Mehr. Okay. Dann nimmst du dich jetzt das. Und Heilung, wenn wir das schon nicht herstellen. Da ist das eigentlich definitiv besser. Uh. Der hat einen Compound-Bogen. Was? Das ist das. Für zwei. Für 5.000. Immerhin. Hab ich nicht. Hast du nicht? Oder hast du das Geld nicht? Du kriegst das Geld nicht. Du kriegst das Geld nicht. Ah. Ja, stimmt. Der dürfte teurer sein. Ja, 5.000 halt. Könnt mal gucken. Wie viel hast du denn dazu? Ich bin auch gar nicht. Ne, noch Bindel. Bin hinten. Wobei der ist halt Stufe 2. Weiß ich nicht, wie viel das bringt. Das ist ein Compound-Bogen erst einmal. Ja, deswegen. Das ist schon ein großer Unterschied zu einem normalen, primitiven Bogen. Bestimmt. So, wir haben doch noch irgendwo Kochgrill und Kochtoff gehabt, oder? Äh, ich glaube, wenn ich Dreh überlege, ist mein, ich krieg meine gesamten Stahl auf. Ersparnisse an den 3.000 und Dreh. Das ist doch nicht schlecht. Ich habe 2.000. Definitiv. Okay. Kochtoff und Kochtoff brauche ich jetzt nicht. Also, glaube ich. Ich hatte irgendwas mit 2.000 Thema. Ja, dann gebe ich dir mein Zeug und beim nächsten Mal, irgendwann, wenn ich was brauche, du das Geld hast. Naja, wie gesagt, den Compound-Bogen sehe ich nicht immer bei mir. Ja, dann musst du halt kurz mir das Geld geben, ich kaufe den Compound-Bogen und dann... Ich bin eher so rum dann. Das würde gehen. So. Ja, ich brauche mittlerweile einfach mal zwei Lagerfeier. Wenn nicht so gut... Dann gebe ich dir jetzt 3.000. Alles klar. Obwohl, D, ich gebe dir alles, was ich habe. Stimmt, kannst du ihm eigentlich gleich alles geben. Ich bin 3.000 beholbar. Alles klar, dann eier euch nochmal los, auf zum Händler. Äh, beim... Das geht ja um meinen Bogen. Ja, genau. So, äh... Ja, das kann jetzt eine Weile dauern. Äh... So viel Zeit habe ich nicht. Wollen wir uns im Händler laufen? Hast du die Quest schon angenommen beim Händler, Phoenix? Ne, noch nicht. Geh jetzt auf den Weg, weil... Feuern braucht eh noch eine Weile. Fahrrad, wo bist du? Da bist du. Wer hatte dieses Scheiß-Loch hier gebuddelt? Das ist... Ich häng hier... Das ist doch jetzt ein Witz. Ich... Komm, Fahrrad. Raus. 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 Du kannst doch das Fahrrad aussahmen mit einem Problem. Ja, hatte ich jetzt keine Lust abzunehmen. Du hast auch nicht gerettet, dass das ein scheiß verficktes Loch ist. Das ist ein scheiß verficktes Loch. Keine Ahnung, wer das hingebuddelt hat. Ich nehme an, aber da so eine dumme Lache kam. Richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob er höchstwahrscheinlich war ist. So, Compound-Bogen durch Stufe... Halbbarkeit 2. Kaufen. So. Shit, Mann. Ich trage dich so gut. Ich trage dich so gut. Und du hast auch gar keine Ahnung. Gib mir deine Klappe. Du bringst hier nicht künftige Geld rein, oder? Hey, Jörg. Du brauchst etwas mehr, oder was? Ich kann nicht sagen, ich bin nicht überrascht. Ja, hab ich. Muss nur noch teilen und dann loslegen. Teilen. Oh. Oh, okay. Das kann ich nicht. Was? Du kannst es nicht teilen? Richtig. Das ist eine Single-Quest. Oh. Mal gucken, was hier passiert. Ich geh mal eben los. Hab ja ein Fahrrad. Lag auf eurer Paranäe noch 15 Minuten. So, ich grüß, der will doch nicht mit uns teilen. Ganz ruhig zu dir. Das du willst. Das du willst. Ach so. Gut, dann mal. Was sind das? Ach, das ist das da unten bei dem Händler, der ich war. Okay. Dazu. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe eine Quest. Du bist mitkommen. Ja. Da du ja auch dann mein Bogen hast. Ja. Quest ist geteilt. Ich komme gleich. Na los. Was ist das? Ich habe kein Essen, sondern eine Trinkanzeige mehr. Oh, das sieht jetzt nicht schlecht aus. Das ist wesentlich angenehm bei dem Fahrrad. Was glaub ich dir? Das ist so eine 800 Meter Strecke. Zum Glück nicht ganz so böse. Oh Gott. Ach. Mal gucken, was jetzt passiert. Irgendwie hat sich das anders in Erinnerung. Oder es ist erst der Anfang, um die Stufe 2 freizuschalten. Das kann auch sein. Hm. So schlimm, dass es eine Single Aufgabe ist, weil das bedeutet, wir müssen die alle mal machen. Aber wenn es nicht so schwer ist, könnten wir ja alle mal ganz kurz mit dem Fahrrad dann einfach... Ja. Wenn ich dann trotzdem mit euch teilen kann, dann wäre es nice. Gut, das stimmt. Das stimmt. Und nebenbei mal... Pugelnester blooten. Ansonsten müssen wir halt alle noch Powerquests machen. Ja. So, 19 Minitum. Findest du mir schon weg, oder was? Was? Ich bin schon mal Richtung Quest. Bin dann aber nebenbei auf der Suche hauptsächlich nach Pugelnestern. Ich dachte, ich nutze die Zeit mal sinnvoll. Naja, du hast meinen Bogen. Ja, also du musst sowieso zu mir kommen. Du und nicht anders. Ich rede mit ihm. Ich glaube, du stoppst. Na gut, du kommst ja näher. 100 Meter. So, was hat es mir jetzt hier gerade? Pugelnest. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ist dir das jetzt eigentlich auch nichts Neues? Ich bin schon mal ein Quest. Deswegen überlege ich gerade, oder ob ich... Da ist ein Tattoo. Grüß dich. Vielleicht nicht so weit weg. Schaff ich das nicht? So, zack. Wahrscheinlich nicht. Bitte sehr, Monsieur. Na, wir können gleich mal gucken. Haben wir hier... Geht da nicht? Geht einfach jetzt mal zu dem zurück. Da auch nicht. Da geht das. Da ist ein paar Drohnenbruch drin. So. Sonst geht da auch nicht. Okay, gut. Dann lassen wir es auch so. Geht auf. Nehmt mich nicht, Zombie. Ich hab jetzt ein Fahrrad. Ja. Das wird der Haus looten, oder was? Ne, irgendwann soll ich mir abholen. Ich gehe davon aus, dass es... Genau, ihr cleart das Haus und sucht den Loot. Ja, das ist wieder das Haus. Mal bereits. Aber ich würde sagen, gehen wir gleich rein. Es muss doch jetzt Lootus gebracht haben. So, ready? Ne, dazu muss er noch näher. Das ist doch noch bin ich. Ne, irgendwas. Okay. Oh, na dann, meine Damen und Herren. Hier kommen wir. Ah, hier ist er hier. Klop, klop. Hallo. Grüß dich. Hi. Viel Spaß. Achso, ich hab mal einen alternativen Eingang. Du hast die Masse hier erstmal. Ja, ist richtig. Dann hast du weniger Ruhe. Mehr, meinst du. Aber ja. Ja, ja. Dann hast du weniger Zombies und mehr Ruhe. Genau. Wär auch weniger Ruhe lustig gewesen. Einfach mal die Doppeltanzollern, Zombies. Äh, irgendwie nö. So. Wie war das jetzt?